Hallo liebe Bayern-Fans, hallo liebe Südkofen München. Ich weiß, im letzten Wochen und Monat wurde viel über meine Zukunft spekuliert. Ich möchte mich einfach nur bei euch bedanken für die tolle Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Angefangen im Olympiastadion und auch in der Allianz Arena. Es war eine absolut geile Zeit. Vielen Dank dafür. Wir haben tolle Momente erlebt mit 15 nationalen Titeln, auch dem historischen Triple. und anderen Highlights. Wir werden für immer miteinander verbunden sein. Ich werde euch immer in meinem Herzen tragen. Ich möchte mich auch bei den ganzen Mitarbeitern an der Sebener Straße bedanken für die tolle Zeit miteinander. Leider kann ich jetzt nicht alle Namen aufzählen, sonst sitze ich hier noch ein bisschen länger da. Aber vielen Dank für alles. Ihr habt mir alle sehr viel geholfen und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ich hoffe, liebe Fans, dass ihr mich versteht, dass ich diesen Weg jetzt gewählt habe. Ich glaube, es ist für mich eine tolle Herausforderung und ich freue mich sehr darauf. Aber natürlich werde ich euch nie vergessen. Ich werde euch immer hier drin haben und hoffe, wir sehen uns bald. Servus, euer Basti.